Hallo, ich bin Rebecca, die Direktorin von Caris Bible College Campus Frankfurt. Hier bei Caris könnt ihr in eurer Beziehung mit Gott wachsen, entdecken, wer ihr seid in Christus und auch eure Berufung entdecken. Ihr geht dafür auch auf Missionsreisen, habt Gemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten, betet zusammen, also eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr Interesse habt, um mehr zu entdecken, geht auf unsere Webseite www.carisbiblecollege.de. Wir freuen uns auf euch.